Hä? Hier ist doch nichts. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ratlos gerade. Oh je, das ist ein Spaß. Ich muss den so abpassen, dass der dann noch ein Stückchen zurückrollt, damit ich Zeit habe, da hoch zu krabbeln, ist meine Meinung. Alter, schwein. Oh, das war schweiniger. Huh. Okay, und nun? Ich finde gut, dass man, wenn man ein Rätsel geschafft hat, dass man da nicht noch malen muss. Tja, nun? Achso, ich ahne schon, woraus es hinausläuft. Ich habe es hier gewusst. Na, kommt schon. Ach, das war auch fies jetzt. Ah, ist ein bisschen blöd, man muss das Level kennen, um nicht zu sterben. Es gibt übrigens, ähm, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ähm, ein Erfolg dafür, das gesamte Spiel mit weniger als fünf Toten zu, durchzuspielen. Das werde ich auf jeden Fall auch mal probieren, aber auf Screen. Ähm. Tja, und nun? Achso. Hm. Ähm. Achso. Och, ne. Naja, das ist zum Glück nicht ganz so schwer. Nur diese olle Warterei ist ein bisschen doof. Schön drauf warten. Und jetzt? So, und fertig. Wer braucht nur sowas? Warum zum Teufel können sich die Wände hier bewegen? So, und nun? Aha. Ähm. Das sieht aus wie ein Laserstrahl. Aha, doch nicht. Naja, an sich schon, aber anders als ich erwartete. Ach, du Kacko, und nun? Ach, nee. Hä? Was jetzt? Oh. Hmm. Hallo. Wer soll sich da festhalten? Kann ich so hoch springen? Ne. Ähm. Was nun? Hm. Kann ich die Kiste vielleicht mitnehmen? Ne. Ähm, ja. Nur witzig, ja. Alles witzig. Hm. Was sollst du denn da machen? Ähm. Ähm. Ach. Hööf. Höö twists. Hööf. 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 Hä? Ach so, ich muss mit dem einen das andere kaputt schießen. Da muss erstmal einer drauf kommen, auf der Schnell... Na gut, ich habe nicht gewusst, dass sich das bewegt. Noch ist es ganz. So, jetzt kann ich los. Sieht auch schon wieder starkener Strom aus. Da kommt er nicht ran. So hoch kann er nicht springen. Hm. Ich habe Schwerkraft verändert. Komm ich hier ohne was hoch? Nee. Okay. 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 Ähm, ja, ne ja. Hm. Hm. Ach, das wird ein Spaß. Hm. 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 Ach, unheimlich. Hm. Hm. Also wie es funktioniert ist klar, erst mal hinkriegen. So. Mist. Ach, Manu. Ich muss da, also ich, äh, das was ich gerade versuche, ich versuche, ähm, das nach oben zu ziehen, damit das da runter rutscht. Und dann will ich mit dem, mit der anderen Kiste da hoch quasi, bevor der unten ist. Ähm. Hm. 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 Das ist aber gar nicht so leicht. Oder reicht's, wenn ich die aufeinander stapel und die Leiter da nehme. So muss es glaube ich werden. Hm. 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 Hm.